hallo und herzlich willkommen zurück zu world of tanks wieder im second account wieder geht es weiter mit unserem kleinen chinesen projekt wir haben jetzt den type 25 97 th was gibt es dabei zu achten eigentlich nichts weiter wann panzerung ist typisch 3er quasi nicht vorhanden 25 25 20 im turm haben wir 35 25 25 wir haben das ding noch nicht ausgebaut ich habe die ketten glaube ich genau die ketten habe ich erforscht ansonsten motor funke ton knarre da fehlt einfach alles noch und es fehlt auch an geld sollen uns aber nicht stören wir fahren wieder los ich habe wieder bei den terranus und den flotomaten und abend und los geht's wenn es denn los geht so muhr 35 gott sei dank in unserem team ach nee der somo ist ja der franzose der pzs 35 das war der der geklaute ich weiß nicht wovon du sprichst der s 35 unter deutscher flagge ist der geklaute so muhr 35 der unter französischer flagge fährt so minen hatten wir gerade das gleiche spielchen wie eben oder wollen wir uns irgendwie anders dann rein theoretisch gleiche spielchen wie eben machen und nicht nur fest nicht so weit ist man fett ja jetzt drauf da komme ich mir leute roti 82 kommt mit die kleine hütte hat richtig spaß gemacht kann ich nur empfehlen die 82 geiles auto die erste kniffte knaller trotz einfach alles weg das ist der panzer hier schon mal ein bisschen beweglicher das ist ja schon mal schön bist du ja also zumindest beweglicher als der vay was das denn hier der 1c schleicht sich hieran sehr gut jetzt weiß ich auch mich noch nicht so richtig klar kommen meine optik ist ja völlig falsch eingestellt die zieloptik das sieht ja sowas von verboten aus das fällt mir jetzt erst auf das sind zu viel risiko und mich durch jede kunst durch halb aus dem gleichen panzer jetzt bei das nicht ich habe keiner das ist mir wurscht warum stehe ich eigentlich schon wieder ganz vorne alles gerne offensichtlich du stehst ist das ich komme sascha weiter na ich hätte mich jetzt hier mal um den berg umgeschließen die schwindigkeit hier vor allen leuten aber sicher der ging voll durch ihre passen wo sie zu uns rewechseln die schwindigkeit Ah! 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 Der ging voll durch ihre Panzerung! Sehr schön! Den kann man ja richtig schnippen! Ihr seid so gut! So ist bloß noch dieser S35 da. Der ging nicht durch! Muss er denn hin? Wo ist der Rest? HfK oder was? Da fehlen nur noch zwei. Das ist komplett offen. Achso, dann sollten wir lieber zum Cap fahren. Ah! Fahrzeug zerstört! Mit Gold! Doch nicht. Mit Gold hat er geschossen, die Pfeife. Geht dir das an, du krasser Tarnwert. Nicht schlecht. So. Ah, der letzte ist auch da, wo ich. Gut. Hat er schön Mutis Taschengeld verplempert. Nützt ihm gar nix. Sehr schön. Typischer 0815 Sieg. Das hat sich doch mal gelohnt. 2000 Sieg und Erfahrung. Oh, Klasse 2. Hey, 388 Assist Damage. 726 Schaden. Was hast du da für ein Rohr drauf? Das denkst du wohl. Ist der schon ausgebaut oder was? Nein, noch nicht. Die letzte Funke fehlt. Ah. Nur die letzte Funke fehlt. Ja, ja. Sehr gut. So, jetzt knallen wir erstmal den großen Turm drauf. So. Was haben wir noch? 45 Millimeter. Und das war 57. 29 Durchschlag. Ah. Dafür macht er auch bloß. 75 Schaden. 47 Schaden. 46. 50 Steuer Steuerung. Hat er auch. Na gut. DPM schlicht alles, ne? So, wir brauchen jeden Taler. Motor erforschen. Keine Knete. Ah. Ist das furchtbar. Geh mal ins Lager, verkauf mal die Module. Habe ich ja. Mach ich ja immer. Module. Ich mach das immer, wenn ich Kohle brauche, dann hab ich mal einen warmen Regen. Ja, ne, ich verkauf die immer sofort. Das ist schon leer, das Lager. Okidokili. Dann drücken wir erstmal Pause. So einen groben Eindruck sollte man ja gekriegt haben. Wir werden definitiv noch ein, zwei Runden fahren mit dem Dreier. Zum Mal wäre zum Vierer, zum Steward. Oh, da freue ich mich ja schon drauf. Zum Steward brauchen wir ja da noch ein Weilchen. Gut, aber das soll es dann erstmal gewesen sein für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim weiter zugucken. Tschü tschü. Tschü.